...fahren und wird sich verbessern. Von der 20, naja, so um 15 rum kann es reichen. Also das sind auch jetzt schon wieder vier Sekunden. Branchement und jetzt die Basstop-Schikane. 16. Na ja. Bei ihm muss man ja in dieser Senke hier immer die Luft anhalten. Zwei Unfälle im Williams und im BR. Beide mal flog er ab und verschrotteten jeweils die Autos.